Ich muss auch bereit machen. Hast du wieder eins, der nicht bereit gemacht hat? Ja. Oh Mann! Are you ready for the shit? I'm ready! So Peter, du musst erfahren. Ich nehm mein Auto! See you suckers! Wo müssen wir überhaupt hin? Kannst du es markieren? Äh, noch ist es... ...nirgends so... ...weiß gegeben. So, bin ich mal gespannt, wie Knaller bestätigt wird. Also meine beste Waffe ist halt... ...Karapina. Okay. Ähm... Okay. 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 Wir sind in der Station und ich muss nicht sagen, dass ich das sagen muss. Don't get yourself killed! What the fuck? Ach, wir müssen ein Polizeiauto klauen? Irgendwo! Wie auch immer wir das machen! Ja. Wir sind mal voll ne Schießerei an, würde ich sagen, oder? Ja, ich würde sagen wir voll ne Schießerei an! Also ganz kurz, ja? Wir haben jetzt ja sozusagen den dritten Teil der Mission hier. Und wir müssen jetzt mit zwei verschiedenen Teams arbeiten. Das eine Team ist Team Dave und Team Pera und das andere ist Team Mayo und Team Daniel. Und wir klauen ein Polizeiauto. Und was macht ihr eigentlich? Wir müssen in den Hafen gehen und irgendwas im Hafen machen. Ah, genau. Das Auto stehen vor dem guten Typen, von dem Doktor. Ja, und dabei müssen wir wahrscheinlich ganz viele Leute killen. Ja. Und vor allen Dingen muss Dave mal aufpassen, dass er sich nochmal so krass gegen den Gegnerschuss aufgestellt hat. Hast du gesehen? Der hat einfach, äh, geschnitten hat er mich. Der hat einfach geschnitten. Der ist über die grüne Ampel gefahren und sich aber noch vorholt. Ja! Der hat mich geschnitten. Ich hatte was. Hab ich. Vor allem, wir haben einen Stern dafür, was wir jetzt gerade hier angerichtet haben. Wir haben gerade ein Zivilienmassaker angefangen. Ich glaube, es hätte gelangt hätten. Oh, Mann. Oh! Das hat er gebremst, ey. Jop. Jop. Wir müssen noch zwei Kilometer fahren bis da. Die gehen mal ein bisschen auf die Tube hier. Geht schon Gas. Jop. Jop. Mal da. Der war alleine im Polizeiauto? Nee, nee. Beide. Oh, nice. Ich meine, ich müsste jetzt noch die Bullen loswerden und dann habt ihr euren Job schon erfüllt. Die sind doch nicht mal angekommen. Nee, die müssen noch ins Polizeirevier. Okay. Make sure no one's fall on you. Wow, klasse. Majo. Ich wollte dir so helfen mit dem Auto und so. Schieß auf den Leute raus. Das sind schon drei Sterne, Majo. Gib alles. Mach uns mal mehr Sterne, okay? Ja, dann schieß da ein bisschen mehr rum. Ich würde mal R drücken im Auto. Aber immer wenn ich R drücke, dann wechselt es ja so eigenartig die Kamera. Ah, ich schau wieder! Ah! Muss man hier gerade so? Seid schon in einem Dock? Ja, wir sind am Frachter angekommen und überlegen gerade, wie wir hier am besten... Ja, ist okay. Majo hat gerade einen Kickflip gemacht mit dem Auto. Heilige Scheiße, Mann. Wir haben perfekt gestanden, ja. Willst du nicht mal H drücken, um die Sirene auszumachen? Auf dem Frachter sind überall Typen. Meinst du, wir kommen da noch irgendwie anders drauf? Oh, oh. Oh, die haben uns schon gesehen. Holy shit. Wir haben doch gar nichts gemacht. Oh! Ich habe auf jeden Fall nicht die Sirene aus. Okay. Wie macht man die Sirene aus? So. Oh Gott, der Helikopter kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Daniel, was machen wir? Gib Gas, gib Gas, Vollgas, Vollgas. Vollgas? Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben es geschafft. Oh. Die Sniper geht? Ja. Oh, ein bisschen Sniper-Support hier. Nice. Freunde, wie unauffällig, dass wir jetzt mit dem Polizeiwagen, mit der Sirene, in das Polizeirevier reinfahren. Holy shit. Ich weiß nicht wie. Ich meine ja nur, ne? Das ist so grandios wieder. Die sind ganz gut gepanzert, habe ich das Gefühl? Yep. Ich merke es auch gerade. Ich merke es auch gerade. Wir sind der gefahren. Perfekt, Kevin. Perfekt. Du bist unser Fluchtwagenfahrer, ja, Kevin? Oder das ist nicht die letzte Flucht, die ich gerade anschaue, ist hier. Oh wow. Shit. Kevin, die Polizei hat uns entdeckt. Oh god, so many people. Kann man nicht schon wieder abkauen. Aber diesmal nur einen Stern, also ich will schon. Ja, das ist kein Ding so. Ich kann eigentlich hier direkt irgendwo chillen. Es war leicht links, also einfach. Genau. Perfekt. Ich gucke jetzt mal, wie man die scheiß Sirene ausmacht. Bei uns ist es witzigerweise gerade auch eine Sirene am Laufen. Leichtes Alarmlos gehören aber auch. Nur vielleicht. Grandios. Alter, die fressen ja ohne Ende, ey. Die schießt du einmal um, dann stehen die wieder auf. Dann schießt du die nochmal um, dann stehen die wieder auf. Und dann beim dritten Mal vielleicht klappt das dann. Wer noch was ist? Lila. Rosa. Du fährst jetzt. Alles klar. Wer noch ist denn ausgestiegen? Du bist ausgestiegen. Guck mal. Alter. Ich dachte, ich fahr jetzt. Okay. Du fährst schon auf dem Fahrradsitz, weil ich ausgestiegen bin. Dann bist du in den Zentrum. Wir haben jetzt Polizei am Sack. Oder willst du jetzt fahren? Ja, ich wollte jetzt nicht fahren. Wurde gesagt. Egal. Komm, steck rein. Let's go. Oh shit. Bei uns ist nur einer. Ist der down? Ja. Ich habe keine Rüstung mehr. Ja, ich auch nicht. Okay. Wow. Oh ja, ich habe mir falsch den Weg genommen. Tut mir leid. Der wusste ja, wie wir aussehen, Kevin. Er kannte unser Gesicht da. Oh, stimmt. Maske. Ja, richtig. Maske. Oh, im Ernst? Holy shit. Kevin? Ach, wir haben gar keine Maske. Wir haben gar keine Maske. Ach so, ihr seid der Polizist. Wir dürfen machen was wir wollen. Scheiß drauf. Auf die andere Seite, Dave. Ja, ist klar. Pass auf dich aus, Peter. Watch out. Ey, der fährt sich ziemlich gut, ey. Heilige Scheiße. Der ist angeblich ganz in meiner Nähe. Wo ist denn der? Da ist oben. Hast du gerade einen Zug, der uns einfahren ist? Ja. Ja. Wow. Irgendwie noch da hoch. Vor allem ist das ein Glücksspiel, ob jetzt hier ein Polizist steht oder nicht. Hallo, wir sind Polizisten. Da gerade noch auf dem Container. Ja, ich weiß. Magic. Let's go. Sind die Waffen noch weg? Ach so. Einmal tap rein. Wollen wir ganz langsam reingehen? So richtig sneaky peeking? Wollen wir noch schleichen? Wie kann man denn schleichen? Das hast du gerade nicht gesehen. Das ist niemals passiert. Doch, das habe ich gesehen, Dave. Schleichen ist verdächtig. Hallo. Wow. Ist mega unauffällig. Ich mache keine Sorgen, Kevin. Also keine Unfälle bauen, ja? Okay. Wie sollen wir das Auto denn bitte unbeschadet zurückbringen, wenn die Wichser auf uns schießen? Da ist es nicht. Oh mein Gott, und noch Polizei. Wie unkompliziert. Ich dachte, jetzt gibt es nicht eine Schießerei oder sowas. Ah. Außerdem ist das Polizeiauto sowieso schon fast kaputt, als wenn wir das jetzt noch irgendwie torschen müssen. Ey, ist das nicht richtig Richtung Gegner? What the fuck? Ähm, Polizei auch noch im Arsch. Komm, ich fahre eine Runde mit diesmal. Oh shit. Ich habe mich schon mal eingefahren. Ja, richtig ey. Einen Gegner habe ich jetzt mal raus Dawn gekriegt. Die halten aber auch aus. Dave, hast du das verstanden, dass wir hier keine Unfälle bauen dürfen? Was denn? Das war voll super geplant. Easy. Oh Dave, really? Nee, was müsst ihr überhaupt machen gerade? Was macht ihr gerade? Wir haben gerade ein Auto geklaut von dem Schiff und fahren damit durch die Gegend. Er hat gesagt, dass wir auf gar keinen Fall Schäden haben und es ist komplett zerstört. Wow. Ah, Exportfirma war es. Willst du das gehen? Oder David? Ich fahre. Ich schieße. Oh shit. What the fuck. Wann wächst er denn jetzt her? Wada, Polizei. Gieß mal extra nicht auf die Polizei, damit wir nicht noch mehr Sterne bekommen, wa? Wow. Huge. Da habe ich den Fahrer gekillt. Also wie groß diese Welt hier ist, unglaublich. Was ist denn hier los, Mann? Oh oh. Willst du das machen, Daniel? Wo ist denn das Zeug hier? Ich habe nicht mehr viel Leben, Dave. Okay. Wie mache ich das denn? Das sind Gegner. Oh. Dave! Der U-Turn hat nicht so funktioniert. Wow. Wie geil ist das denn, Kevin? Guck dir das bitte an. Ich mache alles, aber ich treffe nicht das Auto damit. Müssen vielleicht Sterne loswerden. Ja. Boah. Das Auto hat mich auch ein bisschen empfindlich, ne? Du 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 du. Ich glaube das würde nicht gut funktionieren. Hier kommen die ganzen Polizisten her. Wow. Wow. Really Daniel? Klar, müsstest du das richtig machen, oder nicht? Wie zieh mich das an? Schießt er drauf? Guck dir das an, Kevin. Das war, glaube ich, ein good call. Ey, die Bullen spawnen ja quasi vor uns. Was ist denn das? Okay, Moment. Wir sind gerade nicht in deren Sichtweite. Jetzt müssen wir uns schnell verstecken. Was natürlich schwierig ist auf dem verkackten Highway. Fahr mal hier vom Highway runter, oder? Ja. Ist wunderschön, Kevin, oder? Ja. Oh, da ist ein Selfie machen. Da kommt uns jetzt einer entgegen gleich. Oh, da ist ja auch noch einer. Was ist denn hier los? Nein, nein, Kevin. Der wird uns sehen. Ah, ey, das ist doch nicht wahr, Mann. Ein Tick nach vorne, Kevin. Ein Tick nach vorne. Oh. So, jetzt hatte ich das nicht in Erinnerung. Perfekter Selfie. Danke. Und jetzt in die Nebengasse stellen und verstecken. Wo kommt das Auto hier her, wo wir jetzt gerade drin sitzen? Ähm. Stand das jetzt einfach hier so? Wir können mitnehmen so? Ach ja. Hier rechts vielleicht? Polizei-Auto-Verbrenner. Wir müssen jetzt drei Kilometer weiter fahren, um unseren Leuten zu helfen. Ja, wir fanden erst ein Kleinen irgendwo, ne? Oh, das sind dann nur drei Kilometer. Ah, je. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Bitte. Komm schon. Aber die Straße wird er gerade aus, Daniel. Wie hier? Oh, Gott. Jawoll. Aber das GPS ist auch etwas anderes, ne? Pass mich. Pass mich. Ja, ich weiß. Wie beim Polizeiauto gerade eben. Das Auto sieht doch voll gut aus, würde ich sagen, oder? Guck mal, die Polizei, die sucht jetzt auf gar keinen Fall. Nein. Das Auto ist auch nicht erkennbar. Ja, eins. In irgendeiner Anweise. Mit den ganzen Einschüßlöchern, meinst du auch? Ja. Mit dem Schramm, mit dem Rumgewirbel. Da, wo das GPS nach rechts zeigt, fährst du nach links. Kevin, weißt du, ich will nicht sagen, ne? Aber so rein intuitiv würde ich sagen, das ist der falsche Weg. Ja, aber dann kommen wir zum Cheater. Also jetzt links. Achso. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Den will ich da links auch fahren. Habe ich bisher als ein einziges Mal gefahren. Rechts ist der. Das ist hier am Parkplatz, ne? Ja. Genau. Oh Gott, die Karre, wie die aussieht, ne? Das ist klar. Oh, die Karre ist so geschrottet. Ich bin mal gespannt, wie viel das abzieht vom Geld. Ah! Ich will es gar nicht wissen, ey! Holy Shit! Äh, Daniel und Mayo, habt ihr eigentlich euren Teil komplett beendet schon? Ja, wir haben gerade noch ein bisschen Spaß, bevor wir im Endeffekt zum Planning Room fahren. Okay. Jo, bei uns alles klar soweit. Okay. Wir sind 2,5 Kilometer von unserer Destination entfernt. Alles klar. Ich glaube, wir sehen, ob wir schon noch schnell genug hinkommen. Ja, vielleicht ist das Auto ein bisschen kaputt. Minimal nur. Was ist denn genau passiert bei eurer Mission jetzt im Endeffekt? Also, wir hatten eigentlich total die chilligen Missionen. Wir haben ein Polizeiauto geklaut, sind damit zur Polizei Wache gefahren, haben was da rausgeholt und konnten jetzt sogar noch einen Umweg nehmen, um den schnellen Lambo zu nehmen oder was auch immer das hier ist, um jetzt ja zum Planning Room zu fahren. Und wir? Ja. Wir mussten zu einem Frachter, der voll war mit gegnerischen Spielern. Ne, nicht Spielern, gegnerischen Typen halt, die uns geschossen haben. Dann mussten wir auf dem Frachter auf die Container springen und da ein bisschen durch die Gegend springen und in einem der Container war das Auto von dem Typen, den wir nachher befreien wollen. Das ist irgendwie so ein Sammlerstück von ihm, absoluter Klassiker, unbezahlbarer Wert. Mit dem, den mussten wir dann von drei Sterne Polizisten abhauen und Typen, die uns die ganze Zeit verfolgt haben. Ja. Was nicht so gut geklappt hat. Ja, jetzt waren wir drei nicht noch auf euch hier, ne? Fahrt ihr auch grad zum Planning Room oder was ist? Nein. Ne, wir fahren gerade das Ding wegbringen, 100 Meter noch, also wir sind gerade da. Wir fahren das dahin, wo wir auch den Bus hingebracht haben. Genau. Und abgestellt. Oh, holy shit, ey. Also der kriegt bestimmt Bronze oder so. Boah, Alter, die Karre, wie die aussieht, ey. Oh, scheiße, ey. War vielleicht minimal ein bisschen fies. Ah, okay. Wir haben jetzt gerade das Clamberett weggebracht. Oh, Gott. Wer dann? Was? Was? Das du blöd Platinum. Was? Wow. Hä? Der ist als einziger gestorben und gefahren wie der letzte Fallhorst. Ey, so schlimm war das gar nicht. Das ist auch ne Scheiße. Und die schießen rein und die ganzen Bullen. Oh, Gott. Alter, ey. Platinum, Dave. Ja. Wahrscheinlich, weil ich das Auto gefahren bin. Mhm. Geht gar nicht ums Wie, sondern nur was hat wer gemacht. Boah, wie deprimierend, ey. Hahaha. Oh, das klingelt an meiner Tür. Wer kann das denn wohl sein? Ich bin's. Hallo. Oh, meine Freunde. Ich hatte wieder den Bon angemacht. Oh, yeah. 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 Wir haben alle nur schwarze und weiße Klamotten an, übrigens. Ja, und die schreiten auch nur schutzig ihre Weste. Wichtig. Ich mache den Musik in deinen Wohnung. Auch. Nichts. Nur die Beleg. Na, nur die Beleg. Na, die Professorin, der alte Belegung, und zwei Belegung. Aber wirklich, das ist alles gleich. Ich meine, ich sage immer, wenn man ein paar Belegungen nicht tönt, um die Belegung zu verbrechen, dann, wer kann man tönt? Ich weiß. Haha. Oh, hier sind sie. Gavin Vandalou. Und Josh Sherman. Get sie auf die Straße. Get die Dokumente, die sie tragen. Der Belegung ist Dima Popog. Extrembar rück, extrembar paranoid, und extrembar horriblich. Nicht schreien für diesen Mann. Niemand anderes wird. Er ist ein Platz in Richmond Glen. Nur ihn. Und ein... Sicherheits-Team. Geht nahe zu ihm, zieht ihn runter, und nachdem sind wir bereit, zu gehen. Oh, Mann. Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte, das. Total schade. Aber ich meine, wir können komplette Missionen nochmal spielen, nur um die andere Sachen anzugucken. Ja, das ist auch wiederum gut eigentlich. Are you ready? Jo. Ja. Okay, was haben wir hier? Scharfschützen-Team. Definitiv Scharfschützen-Team. City Hall-Team? Ist das City Hall-Team der Scharfschützen-Team? Nein. Das Scharfschützen-Team ist das Scharfschützen-Team. Also Rathaus-Team heißt das. Oh. Ah, klar. Mansion-Team also, ja? Oder... Genau. City Hall? Seid ihr nicht City Hall? Wir sind City Hall, ja. Ah, okay. Whatever. Moment, ich kann nicht Scharfschützen-Team sein. Ich habe nicht mal Scharfschützen-Team ein Gewehr. Ich glaube, das kriegen wir gestellt, oder? I'm not sure. Whatever. Ah, das sieht gut aus. Ich bin Princes-Robert-Bubble-Gum. Ich bin Princes-Robert-Bubble-Gum. Stay-Rater-Speed ist das. Oh, ich bin schon bin ich bereit. Oh, ja. Ey, das ist so konterintuitiv mit den Buttons. Hin und wieder muss ich Doppelklicken, hin und wieder muss ich Enter drücken. Was denn? Das ist fürchterlich. Du kannst entweder Doppelklicken oder Enter. Ich könnte dir schwören, Peter, dass ich eine Mission hatte. Und die im Livestream versucht habe, wo ich Enter unbedingt drücken musste. Wo es nicht mit Doppelklicken ging. Und ich wie blöd geklickt habe. Im Ernst? Wow. Okay. Alles klar. Bevor wir losgehen, möchte ich euch was zeigen. Oh. Was möchtest du uns zeigen? Warte. Achtung. Guckt euch das an. So kann ich meine Maske nicht aufsetzen. Ah, ich kann meine Maske nicht aufsetzen. Das ist schade. Oh, okay. Was für ein Auto nehmen, Peter? Egal. Oh. Mehr mit diesmal meins. See you guys. Let's go. Easy. Your target is Dima Popov. Did I mention he's paranoid? Well, yeah, he's really paranoid. No one I know employs as many bodyguards as he does, and I know some people who need serious protection. Maybe because I'm trying to kill them. Oh. Yeah. Look, I've given you Pistole with Suppressors to get the job done on the Q-Team. Wow. Okay, all right. Okay, all right. Okay. 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 So do it slow. Do it quiet. Do it right. And if you don't put him down click when he starts running. Okay. Also, leise rein, leise raus. Was für dich denn das hin? Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich zum Beispiel an unseren Job, den wir zusammen gemacht haben in der Tiefgarage. Wobei an der Wand stand und du sagst, okay jetzt los und schießt. Schau mal, wir könnten den Typen da vorne snipen, der da direkt in die... Können wir den snipen mit der Pistole. Soll es ausprobieren? Können es ausprobieren, ja. Ja. Wow, das sieht sogar funktioniert. Alles in Ordnung über euch? Mario ist gerade wohl in die Leiter runter, ist gesprungen, gegen die andere Wand geklatscht und runtergefallen. Warte, ich räum da mal kurz auf, ich hab da so ne Möglichkeit. Ja. Regen sich gerade in unsere Richtung hier? Wie wärs, kannst du von den Stromkasten aus den Typen in den Garten umbringen? Oh no. Kannst du versuchen? Oh shit. Einmal leert das denn. Wo ist der denn? Such den erst noch. Oh jo, stimmt. Ich seh den auch nicht. Könnten wir denn irgendwie außen rumlaufen? Hier vorne so? Ja, wir können ja hier drüber klettern auf jeden Fall. Ah ja, stimmt. Au. Da rannte gerade jemand kurzzeitig durch den Garten. Er ist jetzt ins Haus reingegangen. Wollen wir mal rüber? Ja. Ah, da ist einer. Wow. Gib ihn. Oh nein, Mayo. Oh nein, Mayo. Ah shit. Oh. 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 Oh, ich hab verkackt. Ist du über so leid? Oh nein, Mayo. What the fuck? Wir haben eine kleine Polizeiforce. Die... Klein? Da sind 40 Leute gewesen oder so. Oh. Das ist echt nicht wenig. Oh nooo. Whatever. Das ist einfach mal. Restart. Jetzt wissen wir's. Dave, ich glaub wir sollten von der anderen Seite ran gehen. Oder die oben vom Dach rausschalten. Habt ihr denn nicht einfach Sniper Rifles? Könnt ihr mit dafür entfernen und den Typ mal eben kurz snipen? Ja, wir müssen hier gleichzeitig snipen. Übrigens sollte man simultan schießen, Mayo. Ja, das kann Mayo nicht so gut übrigens. War einfach abgeballert. Moment, haben wir jetzt auf einmal Snipergewehre? Ja. Ich hab auch Snipergewehre. Also mit Scharfschützen. Aufsatz. So. Ach. Hatten wir die vielleicht vorher und es wurde einfach nur gesagt, dass wir Pistolen und Sniper Rifles haben? Vielleicht. Okay. Oh Gott, jetzt müssen wir uns das alles auf normal gucken. Vielleicht ist das, weshalb ich nicht der Arscher in der Kirche. Ja. Ja. Können wir den nicht einfach snipen? Ach, wofür ich nicht. Wenn ein Guard sieht und die Alarm klingt, Popov will run. Ah ja. Meine Maske an. Wollen wir beide gleichzeitig schießen? Wir kommen auf ihn treffen. Okay. Und eins, zwei, drei, bumm. Okay, ich dachte auf drei schießen. Kein Ding. Übrigens der Punkt da drüber. Womit wir amüsieren müssen. Das wusste ich nicht. Ist ein bisschen anders hier. Im GTA. Ich nehme die Beifahrerseite. Okay. Ich nehme den da hinten. Ich gehe mal hier oben drauf. Gucken mal was ich kriegen kann. Ready? Ja. Okay. Dann auf los. Drei, zwei, eins, los. Ah, beautiful. Team one took out the lawyers. Guck mal das. Hinterm Stein. Was ist denn? Ich schaue jetzt ein bisschen rein. Ich weiß nicht, ob noch innerhalb des Hauses viele Leute sind. Ich habe gemisst. Ja, die haben uns gesehen. Er ist da. Let's go. Oh. 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 Man sollte nicht einfach linke Maustaste drücken, wenn man Granate in der Hand hat. Ich dachte, der lässt sich dann so rollen oder so. Und er hat wieder einen hingelegt. What the fuck, Alter. Was ist das denn für ein Kram? Oh shit. Oh shit. Ich hoffe, ich höre hinterher. Willst du Fuß hinterher? Ja, der ist Fuß unterwegs. Oh, die kommen von hinten. Hab ihn. Huch. Was glaub ich? Der Gebiet verlassen. Gebiet verlassen, jup. Was klar? Sonst war ich nicht um die elegant gewesen, aber ich meine es nicht los. Nee, scheiße ey. Scheiße ey. Ich glaub der hat mich gesehen. Ich hatte einmal in der Guard vorbeigeschossen gerade eben. Ich glaub dann wurde die andere pissig. Ja, das kann sein. Äh, in dem Moment haben die mich nämlich dann auf einmal gesehen, obwohl ich eigentlich gar nicht open war. Ah, scheiße. Müssen wir die Guard davon nur noch töten? Oder einfach nur Area Leaven? Da steht, verlasse das Gebiet. Ich verlasse jetzt... Na, ich bin schon relativ weit weg vom Gebiet. Äh, ich bin noch nicht weit weg. Vermutlich wegen mir wieder. Klar. Ich laufe nicht grad zum Audi. Undschärfe ist manchmal ein bisschen anstrengend ey. Kannste auch nicht ausgestellt. Ah, ok. Und erstmalig ausgestellt hab. Wenn du irgendwo stillstehst, kannst du... ...den anderen noch zugucken? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Über das Interaktionsmenü stand da, aber was ist das Interaktionsmenü? Ich glaub M drücken, oder? Spectator Crew. Ja, Death to Blade. Ohly moly. Okay. Easy. Schau grad zu, was ihr macht. Ah, wir haben die Dokumente. Nice. Oh shit, Heli. Holy shit, da ist ein brennendes Polizeiauto. Hier brennt einiges. Dein Dave. Dave, lass den Heli in Ruhe. Oh miss. Oh god, David, no. Oh god. Los, 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 los. Alles klar. Ich glaub wir müssen zum Briefing rumfahren. Wir müssen weg? Ja. Ich meine, dass die eine Aufgabe gerade eben an uns gedacht war, oder? Ich verlass mal die Zuschauer. Ja, halt bitte bei dir. Irgendwas. Dann steig ich mal bei dir ein. Okay, okay. Okay, wir haben fast geschafft. Wir müssen uns nur verstecken. Was? Easy peasy. Come and speak. Aber wirklich. Wir haben wirklich eine sehr unspektakuläre Mission. Das sieht irgendwie so falsch aus, was ich gerade mache. Was machst du denn da? Versteck mich mit X, kannst du dich verstecken mit dem Auto. Okay, wir haben es geschafft. Das hat sich gerade irgendwie so angehört, als wenn der Typ irgendwie so einen geheimen Tunnel hätte und irgendwie direkt verschwinden würde und wir ihn nie wiederfinden würden. Und in der Wirklichkeit, keine Ahnung, der ist einfach nur durch die Büsche gerannt. Wow. Wow. Ja. Mach's lang. Oh man. Was ist denn mit dem los? Willst du noch auf die anderen warten? Vielleicht wir kommen. Ja, wir kommen gerade. Bei mir hat gerade noch mal Motorradfahrer weggefahren. Wow, mei. Alter. Wow. Heilige Scheiße. Alter, wir nehmen uns jetzt weg. Du scheiße, ey. Ich sehe die Maske, die Maske is wunderschön üBreg particularmente. Ja, danke David. Meine Maske. Wenn du jetzt einen überfahren hättest, ne... Oh mein Gott. Das wären ja obers effect gewesen. Mission failed. Ja, natürlich. Oh, ich hatte ein bisschen Blut vorne. Sieh an, sieh an. Zack! Team 1 have made the drop. Back in the abyss. Set up past. Oh. Oh. Aha. Yes. Ich glaub ich hab nur Gold bekommen wenn ich ein, zwei Wachen mehr getötet hab. Super. Ah die Erfahrungspunkte. Echt nicht schlecht. Krass. 2.100 hab ich gekriegt. 2.700. 2.500? Gar nix. Erfahrungspunkte? Achso ne da hab ich auch 3.000. 2.800 oder so gekriegt. Ich hab mein Geld. Gar nix. Meins Geld. So traurig. Da hab ich ein bisschen mehr gekriegt. Da hab ich 19.000 gekriegt. Oh. Krieg ich kein Geld. Das kriegst du doch am Ende. Ja. So. Sollen wir jetzt aufhören? Ja. Wir haben genug aufgenommen. Egal. Mach ich alleine. Oh. Ich bin hin. Ich bin fertig. In der Tür. Ich bin fertig. Ich bin fertig. In der Tür.